All right, all right, all right. Willkommen zurück zu Fortnite. Endlich wieder, Leute. Nachdem ich das jetzt endlich mal fertig hab hier. Heute wieder am Start. Der Lost in Deals. Ja, ja, Lost. Was bin ich? Oh, moin. Leute, musst da einfach gerade sein, ihr wisst. Auf jeden Fall, Leute. Der Countdown ist schon etwas weiter vorhergeschritten. Und Galactus ist auch schon etwas weiter oben beim Tisch. Aber jetzt ist auch was rausgekommen. Eben dieses, ähm, ja, wie soll man sagen, dieses Abo für Fortnite, wo ihr so mit denen abschließen könnt. Ich schätze, ihr müsst da jeden Monat 15 Euro oder so, 10 bis 15 Euro blechen. Ähm, um da, ähm, ja, euer Abo einzuhalten. Also, das läuft wie ein Abo. Ihr müsst dann einfach jeden Monat 10, 15 Euro blechen. Also, überlegt euch gut, ob ihr es kaufen wollt. Was es beinhaltet, ist natürlich alle Stufen vom Battle Pass. Dazu noch ein exklusives Outfit, ähm, was ihr dann jeden Monat erhalten werdet. Plus 1000 V-Bucks jeden Monat. Also, für die, die wirklich sagen, hey, ich kaufe doch eh den Battle Pass. Oder sagen, okay, hey, ja, so ein kleines, ähm, exklusiv Outfit. 1000 V-Bucks jeden Monat kann ich mir schon gönnen. Äh, und will ich mir auch eben irgendeinem Defekt holen. Da könnt ihr euch das gerne gönnen. Ähm, ja. Ja, gerne auch mit dem Crater Code, Leute. Würde mich freuen, Stunny oder HeyStunny oder KXRG. Würde mich natürlich freuen, Leute. Auf jeden Fall, ich werde mir das Bande höchstwahrscheinlich nicht holen, weil ich keinen Bock habe, jeden Monat 15 Euro für Fortnite bezüglich. Und das auch eben wieder sehr viel Geld, ja. Ja, schon weiter. Und dann ganz weh von mir, müsst ihr wieder hinten auf den Tisch. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr euch das gönnen wollt, macht das gerne dann. Nächste Woche, am 1.12. ist es soweit, um 22 Uhr. Das Live-Event mit Galactus wird beginnen. Nils hat leider die Arschkarte, er kann nicht mit dabei sein. Ja, mal schauen, was ist denn das? Weil das viel zu spät ist, weil es ist einfach an einem Bergtag. An einem Bergtag, gibt euch das. Komplett dumm. Muss ich sagen, schadet an euch, Fortnite, an eurer Stelle, dass das so cringe gelaufen ist. Weiß nicht, wie man mit einer Fernbedingung umgeht. Geh auf Gold. Dann scroll hoch. Nee, weiter runter, weiter runter, runter. Da. Toi. Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist ein Name. Fuck, wie nice. Auf jeden Fall, Leute. Schade. Auf jeden Fall, Leute. Ähm. Wir gehen langsam auch auf Weihnachten zu. Also, ich bin so langsam in Weihnachtsstimmen, Leute. So, langsam geht's los. Also, ich persönlich freue mich schon auf die Season 5, bin ich ehrlich gesagt. Ich hab' einfach die ganze Zeit für mich. Oh nein. Sünde. Rück auf OK. Hä? Na, wartet mal kurz, Kinders. So. Was ist denn, ihr Skalaktiskbrunnen bespawnt? Tja. Lasst sie dann gleich holen. Leute, ich muss auf jeden Fall noch, ähm, ja, ihr denkt euch sicher jetzt so, ja, werden denn jetzt ab jetzt auf GTA-Videos kommt? Also, die erste Zeit jetzt mal wieder nicht, Leute, weil, ähm, beziehungsweise allgemein kommen jetzt erstmal keine GTA-Videos, weil das Ding ist einfach, äh, ich hab's euch ja schon erzählt, die eine Festplatte, ja, haben wir jetzt ausprobiert, ob die jetzt durch den neuen Aufsetzer jetzt endlich geht. Leider war das nicht der Fall gewesen, die war, die ist jetzt komplett RIP, also die geht gar nicht, ähm, weil das, ähm, dann sind da wieder andere Fehlermeldungen gekommen, Leute, und, äh, deswegen muss ich die dann morgen zurückschicken. Nein. Also, das ist scheiße. Herr Lama ist weggesamt. Das ist einfach nicht nur da. Tja. Oder? Nein. Auf jeden Fall, Leute, ab jetzt dann wieder täglich Videos folgen. Natürlich, äh, ich kann jetzt heute mal, äh, ich kann heute mal nur Fortnite für euch aufnehmen, weil das Ding ist einfach, ähm, ich hab einfach, im Moment kann ich nicht was anderes für euch aufnehmen, außer vielleicht League of Legends oder so, weil das Ding ist, äh, ich hab's die, da hab ich den Key noch nicht, also da muss ich erstmal wieder alles reinmachen und so weiter, muss die ganzen Spiele wieder installieren, also das wird wieder ein Weichen dauern, bis ich dann alles drinne hab. Das kann jetzt noch ein Weichen dauern, deswegen, sowieso, Leute, dann kann ich das morgen Mittag gerade machen, dann zock ich halt morgen einfach auf Switch. Das passt schon. Was? Ich weiß nicht, was ich gerade gefunden hab. Sollte mich das interessieren. Ja. Leute, wie ihr seht, einfach die Rissklinge aus Season 5. Chat, die, die nach so. Die ist einfach lieber. Die ist einfach lieber, Leute, also, echt wirklich eins meiner Favorite Spitzhacken. Sieht einfach anders, sick aus, Leute. Hast du nur blauer, eh? Nö. Die liegt gar nicht. Außerdem, wir sind gerade Craigy gelandet, Leute, also, hier ist keiner mit dabei. Habt ihr die Zone, würde ich sagen? Zu Glück sind bei mir Rifts, Leute. Ja, bei mir ist es auch ein Rift. Wir sind sogar Galactus. Wir könnten auch Galactus-Throne fighten. Uh, ne Skali-Bob-Bali. Ja, ich hab auch ne Skali gefunden. Was ist er denn da oben? Leute, jetzt fightet mal wieder. Auf jeden Fall, Leute, ihr wisst Bescheid. Morgen werde ich auf jeden Fall die Spiele installieren. Und dann werde ich halt die Zeit halt über auf Switch spielen. Können wir morgen einen auf Switch-Player machen, aber ich werde es verlassen sein. Was sehe ich? Ich bin Controller, Leute. Ihr wisst das. So gut. Also, ich wollte ja mal mit Controller spielen, aber das ging irgendwie nicht so ganz auf, wie ich das wollte. Oh, der hat sich AT. Wunderbar weg. Ich gescheh jetzt. So, Leute. Wir sind bald Level 267, by the way. Oh, ah, ne. Ich hab doch schon was gute, besseres. Also, Leute. Wie schon gesagt, ich werde mir das Abo nicht holen. Und ihr könnt es euch gerne holen, wenn euch das interessiert. Also, ich werde es mir höchstpersönlich nicht holen, weil ich keinen Bock habe, jeden Monat 15 Euro für Fortnite zu blechen. Außerdem gibt es auch andere Sachen, die ich momentan bezahlen muss. Und ich hab einfach auch keine Lust da, jetzt jeden Monat 15 Euro da in Fortnite reinzupayen. Das geht genauso wie damals dann wieder los. Einfach keine Lust drauf. Natürlich, ich gönne Fortnite. Natürlich weiterhin. Das Zeug. Aber... Einfach... In solchen Fällen hört es einfach auf. Du solltest, by the way, mal in die Zone kommen jetzt. Was? Also, Leute, ganz ehrlich, ich weiß schon, dass ich Stan und die anderen sich das Safe gönnen werden. Also, kann man nicht anders sagen. Natürlich werde ich da mal schauen. Höchstwahrscheinlich dann morgen wird dann wieder am Ass folgen und so weiter. Und so fort, nur damit ihr darüber Bescheid wisst. Und scheiße, Nils, bei mir ist Iron Man. Okay. Oh, Digga, ich bin. Ich bin RIP. Die haben auch Doktor Doom, Digga, die haben alles. Hilfe. Komme. Ich bin in Dooms Domain. Gott, ich hab einen Konflikt, ich wurde zugelehrend. Ey, du, ich hab keine Angst. Okay, wenn er mich nicht macht. Uff. Das ist auch mal hier. Ich bin neben dir. Meiner. Ne, weg hier. Ja, Leute, wenn ich jetzt nicht tot bin, ihr wisst, wie ich lebe. Was, ich geh auch in den Milchraum, dann kommst du zu mir. Oh ja. Gut an, mein Leben. Komm, halt auch mal ran, weg hier. Oh, ne, kann ich nicht weggehen. Nein, das ist nicht. Und einfach nur hin. Oh, bitte. LMG, Alter. Anders Horror. Aber ne, Leute, nur damit ihr wisst, dass ich wieder am Start bin. Komischerweise gestern, Leute, das war auch ganz seltsam. Windows hat einfach... Oh nein. Hat einfach ein Update gemacht. Und hat einfach meinen PC wieder... Mein PC einfach in zwei Spiele zurückgesetzt. Was? Warum schießt du denn auch noch drauf, Alter? Ja, ein 35er und ein... ...55er. Komm. Was sagst du jetzt? Ja, lass das lieber. Schade. Oh mein Gott, wir haben den Läder. Leute, vorher in dem einen Modi ist es relativ gut gelaufen. Ja. Wenn wir gespielt haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, also... Hat schon gebockt, aber diese ständigen unter... diese ständigen, äh... Legs, ey, das nervt mich immer. Immer wieder so einbiken Legs oder so. Oh, ne, jetzt wird direkt angepacet. Alone? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der liegt auch von meinem Bot. Der hat gar nichts im Bot. War ich im Puschen? Komm, wir pushen den. Den Puls, ich hab den. Den Puls. Ja, er hat Spaß. Mein Gott ist ein Schlitzer. Schlitzer. John Fick, Alter. Ja, John Fick. Fick deine Hände. Ja, wahrscheinlich der erste Größe schwiegt von der Erbe. Hey! Was? Ich schwöööre dir John Fick, wenn ich dich irgendwann wiedersehe, Alter, ich hau dich. Ja, solche Typen verdienen Hauer. Was sollen wir jetzt machen? Trader für den Tank. Hier Leute, das kann ich jetzt nicht. Bestes Leben. 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 Ich hab das Leben. Wir werden es nicht in Rücken. Hä? Hast du nichts gesagt? Nein, nein. Nicht ganz. Na was, wie der muss, wie es auf geht. Bra! Mitten in der Runde, Alter. Ja, tschüss. Sei weit, Leute. Ich bin jetzt erst einmal mitten in der Runde, im Stich, einer. Perfekt. Das war's komplett. Das war's komplett. Hm. So. Oh, wir haben den Venom gegriff. Krass, Leute. Ah. Ah. Da haben wir einen Biss dazu. Ja. 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 So Easy Leute Auf ganz entspannte Basis Ja ne wie schon gesagt Leute Also heute wird es natürlich mit Among Us Oder so wird es nix mehr Weil ganz ehrlich das ist schon wieder relativ spät Also morgen Habe ich ja Schule Deswegen habe ich da früher frei Deswegen werde ich es eben morgen machen Und dann halt so lange die Sachen da Updaten und so weiter und downloaden Zocke ich halt so lange auf der Switch Sobald wir die dann Fertig eingerichtet haben und so weiter Natürlich ich kann darüber Kein Video machen Leute wie ich auf der Switch zocke Weil auf der Switch habe ich solche Programme nicht Äh wenn mir jemand empfehlen kann Die ich vielleicht doch auf der Switch aufnehmen kann Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein Würde mich natürlich sehr gegebenenfalls interessieren Also Leute es tut mir auch leid Dass Nils jetzt auf musste Aber bei dem ist das halt so Da kann man nichts machen Also Samir Groot Einfach wenn In am Sch- Schliessler Natürlich Solo gegen Teams wird jetzt natürlich Sehr sehr schwer werden Leute Wir werden aber jetzt nur Äh ich werde nur noch dieses Level zocken und so weiter und dann werde ich auch rein theoretisch ingame wieder AFK sein, weil ganz einfach, beziehungsweise halt noch in der Welt meine täglichen E-Bugs einsammeln und dann eben auch AFK gehen, weil ich muss noch eben für meine Klassenarbeit lernen, damit meine Mutter mich endlich damit in Ruhe lasst und mich damit verschont, damit endlich mal hier Ruhe herrscht und so weiter und so weiter und so weiter hat noch ein paar Dinge zu tun, Leute, leider ja, manchmal ist es nervig, sowas Leute, aber ja ich freue mich schon auch morgen, wenn wir dann den Switch haben wenn wir uns angemeldet haben natürlich, ich werde mich dann morgen anmelden wann genau kann ich euch nicht sagen, also ich werde da vielleicht meinem Bruder auch fragen, vielleicht werden wir uns auch heute schon anmelden und äh, der weitere Sachen installieren, muss ich einfach mal gucken je nachdem, wie es läuft muss ich mal schauen Leute, also ich kann nix versprechen ähm ich kann eben nur schauen ob das geht oder ob es nicht geht oder wie es aussieht der Effekt war, hä, der Effekt liegt gerade doch weg, wenn ich den denn im Arm ausrüst jetzt ist er gerade da gewesen kurz, jetzt ist er wieder da er verschwindet immer, wenn man dann aufhört zu laufen aber wir haben auch schon 20 von 30 Graubatern gekillt die Mission müssten wir eigentlich dieses Season auch, äh, noch fertig bekommen weil, ähm, ja das ist eine Rauschaufgabe von Woche 3 noch ist mal schauen, ob wir die jetzt die Woche oder nächste Woche abgeschlossen kriegen würde ich natürlich sehr mich freuen, wenn wir das noch fertig kriegen natürlich Leute, diese Woche natürlich auch, ähm wieder ein Video über ähm die Dings über die Rauschaufgaben die werden wir am Donnerstag auch zocken die letzte Woche von den Rauschaufgaben dann halt noch die letzten Tage spielen und so weiter und so fort und dann ist auch eigentlich Ruhe im Karton so Leute wir machen die ich schau mal ich hab hier doch gerade irgendwelche rumgezogen nein, da drüben da ist sie und hey, hey hey, was ah, ey, ey, taf ist da auch immer einfach nehmen so was leute solchen leuten schaue ich auch gar nicht zu haben es einfach nicht verdient gar nicht sagen spielen wir noch ein bisschen so ich will noch levit 267 durchkriegen leute mehr will ich auch gar nicht heute ihr seht leute es sind auch knapp sieben tage bald und dann erwartet uns das live im nachschauen freu ich mich schon richtig drauf so ein bisschen weihnachtsmucke Leute, wir kennen so Leute, das soll dann auch die letzte Runde, denke ich, heute sein für heute wir seht Leute, der Bus hat sich ja jetzt auch inzwischen verändert nochmal seit meinem letzten Video, denke ich und ich schätze, ich hab das vorher nochmal aufgenommen dass sich der Bus verändert hat auf jeden Fall richtig krass auch Leute, da hinten glaube ich, ja da hinten, man sieht schon etwas von Galactus Helm und seine Hörner der kommt jetzt langsam, der gute Boy kommt auch langsam näher Tag vor Tag wird er etwas sichtbarer so wie es scheint also der gute Boy eh so ja also Leute, ich werd mir ganz normal den ich hab mir ganz normal den Battle Pass dann kaufen, also ich werd da nix großartig um ey der Klang ist das, Alter er gönnt einfach nicht er gönnt nicht ja Leute, er gönnt einfach nicht das wird dann wieder jemand, der Blick im Ödor spielt, ne er ist so ehrenlos, er ist so ehrenlos kaum landet man schon kaum landet man schon Keter ein wir das ist so ehrenlos Leute, die Fernsehmoderatoren beginnen auch schon mit Dings mit Weihnachtsserien das merkt man irgendwie schon also die bereiten sich wirklich schon mental drauf vor die Sendung tun sich später auch wieder verändern wie zum Beispiel Elvin und die Chickmunks die tun sich später auch so in Weihnachtsfeeling umstecken das kann ich euch versichern, dass die das machen werden anders hart man muss sagen Leute, wir kriegen auch morgen was, aber wir müssen auch wieder was zurückschicken wir schicken morgen die Festplatte wieder zurück und kriegen dafür aber den Nintendo Switch morgen ja okay, den Nintendo Switch muss ich ja eh zahlen, also das macht gerade keinen rollmops ey sag mir nicht fort, der ist schon wieder gecrasht ich höre die Mucke, aber ich höre kein Dings ja ich höre die Mucke aber Fortner ins gegräßt man im Ladebildschirm das ist dein Leben einfach okay, wir müssen Fortner kurz schließen es ist gecrasht es ist gecrasht es ist gecrasht soo soo Leute, wir tun auch, äh, ich werde demnächst dann mein Foto auch ersetzen äh, das wird nämlich dann, äh, dich ein Weihnachtsfoto ersetzt das sieht dann auch ganz schnieker aus wir fangen dann im Dezember damit an, denke ich, dann Weihnachts-Skins zu spielen oder so hab den ersten soo 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 Leute, kurz in den ROTW reingehen, kurz die V-Bugs-Safen noch So Hier können wir uns rein, Leute Auf lecker Specker So Dann gehen wir wieder zurück Und dann Ja Würde ich sagen, spielen wir noch eine abschließende Runde, Leute Und dann beende ich das Video an der Stelle auch Oh Tö 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. So, Leute, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch die Runde und dann beende ich das Video an der Stelle. So, wir gehen zur Absturzstelle. Vielleicht finden wir da auch das hier, was wir brauchen, um noch eine kurze Herausforderung abzuschießen. Ich probiere es jetzt einfach mal, also, ja. Ich meine, schlecht kann das ja bei weitem nicht sein. Da unten wäre auch im Notfall noch die Runde-Stelle, falls wir noch irgendwie was anderes probieren wollen. Oh, da landet schon so ein Brü-Ei. So. Ja, ja, da ist schon einer. Ja, da ist schon ein Brü-Ei. So, wir gehen mal weiter. Schauen wir jetzt hinten rüber. Ja, alter, mit dem Venom-Griff. Das ist ja logisch, Leute, dass er mich mit dem Venom-Griff wegkaut und dann kann, ey. Der hat doch Save-Out-Way, alter. No way, ey. So, no minde round. So, no minde round. Bis jetzt. Bis jetzt. Das war's. Krass. 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 Auf easy, easy Basis. So, damit hätten wir das Letzte auch. Okay, Leute, an der Stelle bringe ich mich jetzt auch um. Weil ich muss jetzt eh essen, deswegen würde ich sagen, wir beenden das Video auch an der Stelle. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glock aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Heute oder morgen werde ich natürlich die anderen Spiele installieren, je nachdem, was heute noch so kommen wird. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde einfach mal schauen, Leute. Höchstwahrscheinlich aber eher morgen, weil morgens mir eher passt, weil eben morgen, der, beim Morgen, wenn ich eben mehr Zeit habe. Und, Leute, ich zeige euch jetzt noch kurz den Trailer und dann passt das. Jupp, passt. Also gerne Abo-Button und Glock aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da, dass mein rechtes Video gefallen hat. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, Leute, ich lese mir die Kommentare immer durch. Und ja, Leute, euch noch einen schönen Abend. Morgen werden hoffentlich wieder mehr Videos kommen. Ich muss mal schauen, wird sich dann eingeben. Falls morgen nichts kommen sollte, werde ich das in meinem Fortnite-Video morgen nochmal erwähnen. Und dann würde ich sagen, Leute, euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Video, Leute. Peace.